Hallo und Hurra! Ich bin Peter Tauber und das ist mein neuer Podcast. Auf diesem Wege möchte ich zusätzlich zu meinem Newsletter, meiner Internetseite, meinem Blog und meinen Profilen in den sozialen Netzwerken über meine Arbeit in den Sitzungswochen hier in Berlin berichten, damit Sie die Gelegenheit haben, hautnah dabei zu sein am politischen Geschehen in Berlin. Ich möchte Hintergründe durchleuchten, ich möchte Informationen weitergeben, und werde dazu sicherlich auch den einen oder anderen Kollegen um ein Interview bitten. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themen interessieren, die in dem Podcast auftauchen sollen, dann melden Sie sich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die erste Ausgabe und die vielen weiteren, die noch folgen werden.